Die Nordistik am deutschen Seminar gefällt mir vor allem deswegen, weil wir ein sehr kleines Studiengang sind. Das heißt aber auch, dass wir eine sehr familiäre Atmosphäre haben und uns gegenseitig gut kennen. Darüber hinaus glaube ich, dass wir einen sehr breiten Fachbereich abdecken. Wir haben zum einen die Mediewistik, also auch die neueren Literaturen, plus die Sprachkurse, welche es uns ermöglichen, Inselskandinavien zu entdecken, also Island, Ferrerinseln oder eben Grönland. Ich mag zum einen Bernhard Schlink sehr gerne und ich bin eine sehr treue Maja Lunde-Lieserin. Das Schöne an der Skandinavistik finde ich, dass man sehr, sehr tief eintauchen kann. Und dabei immer das Gefühl hat, zu Hause zu sein und etwas zu bedienen, was man wirklich, wirklich gerne macht.